Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem nächsten Spieltag. Am nächsten Sonntag sind wir zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern Fritz-Walter Stadion. Um 13.30 Uhr ist Anstoß. Heute wieder zwei Vertreter unserer Profi-Abteilung. Hier vorne bei mir einmal der Trainer Thomas Oral. Und aus aktuellem Anlass und weil es letzte Woche so ein gutes Omen war mit dem Marvin Martip, heute der Moritz Hartmann mit hier vorne zu Gast. Moritz hat seinen Vertrag, der im Sommer ausläuft, um zwei weitere Jahre bei uns verlängert, geht also in seine fünfte und sechste Spielzeit bei den Schanzern. Thomas, das Wort zunächst an dich vor dem Spiel gegen Kaiserslautern. Wieder eine frohe Kunde für uns, oder? Bitteschön. Ja, absolut. Ich denke, dass wir jetzt in den letzten Monaten, seitdem wir hier sind, natürlich auch lange auf Moritz verzichten mussten. Und er zeigt natürlich auch in den letzten Wochen immer auch, wie wichtig er für die gesamte Mannschaft ist, mit seinen Qualitäten, die er bringt. Er ist ein etwas anderer Stürmertyp, als die wir vorher hatten, gerade in der letzten Saison. Und hat ja auch seine Treffsicherheit schon oft genug unter Beweis gestellt. Und deshalb bin ich recht glücklich, dass wir das auch geschafft haben, dass wir Moritz weiterhin an uns binden können. Man sieht natürlich auch in den vergangenen Monaten, dass wir ihn als Mannschaft doch gereift sind. Jetzt, was man am letzten Wochenende sehen konnte, ist, auch wenn das vielleicht fürs Auge nicht immer gut aussah, dass wir als Mannschaft wirklich auch gemerkt haben oder gesehen haben, dass wir noch mehr Gier in den Pott werfen müssen. Dass wir auch mal Spiele, die vielleicht eng sind gegen Mannschaften, die absolut mit uns auf Augenhöhe sind, die sogar noch andere Ambitionen haben wie wir, dass wir dann in solchen Phasen da auch in Lage sind, unabhängig davon, dass dann irgendwo was reingeredet werden will in unserer Situation, dass wir da trotzdem unseren Mann stehen, dass wir kompakt standen und das Ding dann auch zum Schluss gesichert haben. Da haben wir nicht gewackelt. Das hatten wir in den vergangenen Monaten beziehungsweise dann auch in der Art und Weise nicht. Jetzt treffen wir auf einen Gegner, der, ja, wie soll ich sagen, wir freuen uns riesig. Man hat es in der Woche im Training gesehen, Gegner, der unbedingt muss, ja, eine Mannschaft, die im Winter nochmal nachgelegt hat, die vor eigenem Publikum auch absolut unter Zugzwang sind. Und jetzt sind wir in einer Situation, die wir uns eigentlich auch so gewünscht haben, uns erarbeitet haben. Wir haben am 25. Spieltag 35 Punkte. Das war nicht so zu erwarten. Und ich glaube einfach, wenn ich gerade auch die Trainingswoche sehe, gestern und vorgestern richtig gut trainiert, das war zu spüren, das, was ich eigentlich in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert habe, dass wir Situationen, wo wir mal ungerecht behandelt werden, wo mal auch es so aussieht, dass die eine Mannschaft vielleicht auf der sicheren Seite ist in den Spielen, dass man provoziert, dass man sieht, dass die Mannschaft lebt und dass wir mit unserer konfrontablen Situation auch nicht bequem werden. Und gerade wenn ich sehe, wie wir gestern trainiert haben und da ist dann doch das eine oder andere zustande gekommen, was ich immer wieder in den Spielen sehe, was passieren kann durch Entscheidungen, die jetzt vielleicht vom Gegner sind oder wo wir selbst vielleicht uns nicht so gewehrt haben oder durch Schiedsrichterentscheidungen, da muss man dann einfach auch die eine Mannschaft kühlen Kopf bewahren und die andere Mannschaft natürlich auch das, was man für sich sicher haben will, dann auch wirklich einzutüden. Und ja, wenn wir das so umsetzen auf dem Betzenberg, dann sehe ich riesen Chancen, dass wir da wirklich einen der Großen richtig ärgern können. Das ist unser Ziel. Wir wollen da unbedingt was mitnehmen. Wir werden versuchen, in der Offensive unser Heil zu suchen. Wir wollen sie permanent unter Druck setzen. Wir wollen versuchen, uns Torchancen zu erarbeiten, dass wir da wirklich auch für eine richtig gute Überraschung sorgen können und dass wir dann den Kampf um den dritten Platz für die anderen Mannschaften nochmal richtig interessant machen. Danke schön, Thomas. Dann kommen wir kurz zu dir, Moritz. Ja, lass uns doch mal kurz hören. Vier Jahre sind bald rum, seitdem du zu uns gekommen bist. Wie würdest du die Zeit, wenn du kurz Revue passieren lässt, beschreiben? Und ja, was hat dich motiviert, letzten Endes einen weiteren Vertrag bei uns zu unterzeichnen? Und vielleicht auch mit Blick auf Lautern dann für dich ja doch Premiere auch auf dem Betzenberg. Die Vorfreude, was du dir vorgenommen hast. Bitte. Ja, also ich bin erst mal sehr froh, hier verlängert zu haben. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich mich hier sehr wohl fühle in Ingolstadt. Und ja, in den vier Jahren war, glaube ich, alles dabei. Da war der Aufstieg dabei, da war der Klassenkampf oder der Klassenerhalt in den letzten beiden Jahren dabei, wo wir in der Hinrunde uns ziemlich schwer getan haben. Und ja, jetzt mit dieser recht stabilen Saison, denke ich, haben wir einen Schritt nach vorne getan. Und ja, ich bin einfach froh, Teil des Vereins zu sein und Teil der Entwicklung zu sein, die der Verein noch vornimmt. Ja, und für Samstag, denke ich, ja, es wird ein heißes Spiel, glaube ich. Der 1. FC Kaiserslautern muss unbedingt gewinnen, denke ich. Wir wollen gewinnen, wir können gewinnen. Und ich denke, wir haben auch das Potenzial dazu zu gewinnen. Dankeschön, Moritz. Dann würde ich den Coach noch um eine kurze, um den Zwischenstand in Sachen Personal bitten, bevor wir in die Fragerunde gehen. Ja gut, das muss man auch absolut positiv sehen. Wir haben bis auf Danny Da Costa alle Mann an Bord. Das ist eine super Entwicklung auch in der Richtung hin. Wenn ich die Verletzung von Joey Kang und Malte Metzelder noch nehme, sind Jungs, die wieder voll mit dabei sind. Andi Buchner ist voll im Geschehen. Der Chris hatte leichte Probleme am ersten Tag der Woche, aber es war Gott sei Dank nicht so tragisch. Wir können aus dem Vollen schöpfen. Man sieht es im Training, ist wirklich auch der Kampf entbrannt um die Plätze und es wird eine interessante Aufstellung. Du hast es eben schon relativ allgemein angedeutet. Du bist froh, dass ihr mit Moritz verlängert habt. Du sagtest ganz allgemein, die Qualitäten von ihm schätzt du. Könntest du es ein bisschen näher beschreiben? Jetzt im Unterschied zum Christian Aikler, zum Ilya Mischansky, Manuel Cefler kommt jetzt auch zurück, wo die Positionen, die Stärken auch vom Moritz liegen. Ja, ich sehe natürlich, was im Training immer wieder ist und auch bevor ich beim FCI als Trainer jetzt tätig war, ist es so, dass ich Moritz immer als Spieler geschätzt habe, weil er unheimlich torgefährlich ist. Es ist ein Spieler, der um eine Spitze spielen kann, es ist ein Spieler, der auch in der letzten Front spielen kann, mit dem Rücken zum Tor sich gut in den Fenstern bewegt, eine gute Technik hat, eine hohe Abschlussqualität, die er auch im Aufstiegsjahr bewiesen hat oder auch zu seinen Kölner Zeiten. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln kann, ist, dass wir fast zwölf Monate keinen Spaß miteinander haben konnten, weil Moritz angeschlagen war und Wehwehchen hatte und auch das haben wir gut gemeistert und er ist sehr ein geduldiger Spieler. Und wenn wir es schaffen, dass wir unsere vier, fünf Positionen da vorne so besetzen, dass wir immer wieder austauschen können, dass Spieler von Anfang an spielen, das abarbeiten, die anderen machen es dann fest, dass man dann Variationen hat, dass man auch mal mit Dreispitzen spielen kann, ist es für uns, gerade weil er den Verein so gut kennt und auch als Charakter ein sehr guter Typ ist, ist für uns eine absolute Bereicherung. Thomas, wie weit spielen die Ex-Kaiserslautra eine Rolle am Sonntag? Wäre das gut, wenn beide spielen oder zumindest einer? Ja, es ist natürlich immer so, der Fußball hat ja auch irgendwo seine Gesetze, trotzdem muss man aufpassen, dass man gewisse Dinge nicht nur macht, weil es vielleicht jetzt die Situation so ist, dass wir in Kaiserslautern spielen. Der Iljan ist gekommen, ist auch ein Top-Stürmer für die zweite Liga, der hatte eine leichte Verletzung noch in Laudern gehabt, die komplette Vorbereitung nicht mitmachen können, hatte eine Schambeinentzündung, ist jetzt im Training, man sieht richtig, dass er jetzt im Kommen ist, ist immer eine Option und auf der linken Seite, das brauche ich nicht jede Woche zu wiederholen, da haben wir zwei Spieler, die absolut gleichwertig sind. Der eine hat halt das Pech gehabt, dass er sehr spät in der Vorbereitung zu uns gestoßen ist und da hatten die Schäfer, lässt sich kaum was zu Schulden kommen, deshalb warte ich es morgen nochmal ab. Kann sein, kann auch nicht sein. Wie weit haben die beiden Spieler Informationen geben können? Ich meine, die kennen ja Kaiserslautern aus dem Trainingsbetrieb und Spielbetrieb. Ja gut, erstens sind wir mal allgemein sehr gut informiert, aber wichtig ist natürlich auch, wenn man solche Spiele dann in den eigenen Reihen hat, kann man immer mal fragen, gewisse Dinge, die vielleicht kommen könnten, wie es der Gegner vielleicht immer gehandhabt hat, das werde ich mit Sicherheit schon machen. Moritz, du hast verlängert, die Frage muss natürlich kommen, gab es andere Anfragen, war es eine schwere Entscheidung oder bist du direkt, hast nur mehr FC gesprochen und versucht hier klar zu kommen? Ja, ich hatte natürlich keine leichte Zeit hier im letzten Jahr, da war die Verletzung, dann war natürlich das letzte halbe Jahr, wo ich kaum gespielt habe. Aber ich denke, ich habe mich wieder herangekämpft und komme wieder so langsam auf mein altes Niveau. Und ja, ich habe ja dem Verein viel zu verdanken, denke ich. Der Verein hat auch mir, denke ich, ein bisschen was zu verdanken. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich hier einfach wohl und möchte mich persönlich weiterentwickeln noch. Oder ja, von meiner Leistung her natürlich. Und ja, der Verein kann sich natürlich auch noch weiterentwickeln und ich will einfach ein Teil davon sein. Der wichtigste Grund war natürlich der Trainer. Ja. Okay, Moment, muss ich noch aufschreiben. 35 Punkte habt ihr, das ist zu dem Zeitpunkt ganz achtbar. Man könnte ja, wenn der Trainer warnt mit Sicherheit davor, dies nachlässig zu werden. Aber wie motiviert man sich noch? Als Stürmer könnte ich mir vorstellen, hast du, gerade wo du jetzt auch viele Einsatzzeiten hast, nimmst du dir noch eine Torquote vor bis zum Ende? Was steckt man sich noch für Ziele jetzt? Ja, wir haben noch genug Ziele, denke ich. Erstmal die 40 Punkte so schnell wie möglich zu erreichen. Und ja, für mich persönlich natürlich, ich will jedes Spiel spielen und natürlich erfolgreich spielen. Drei Punkte jedes Spiel mitnehmen und ja, wenn es mit dem Tor klappt und dem Assist klappt, dann denke ich, war es ein erfolgreiches Spiel. Aber vorneweg steht erstmal die mannschaftliche Leistung und die drei Punkte, denke ich. Sowas wie eine Torquote oder willst du noch wenigstens dreimal knipsen bis zum Ende oder so? Solche Rechnungen machst du für dich nicht auf? Nee, nicht mehr. Also nach dem letzten halben Jahr denke ich, wo nicht alles nach Plan lief für mich, brauche ich da jetzt gar nicht nachgucken. Mach ich weiter. Der Manuel Schäffler ist auch wieder im Training. Ist der schon soweit, dass er eine Option ist fürs Wochenende? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil bei dieser Verletzung ist immer gefährlich, dass man da nicht zu früh zu viel will. Und ich glaube, so wie ich es beim Buch ja auch gesagt habe, für Manu ist es auch gut jetzt, weil wir auch von der Personalsituation wirklich jetzt nicht unbedingt was machen müssen, was vielleicht dann für den Spieler nicht so gut ist, dass er vielleicht morgen in der U23 schon mal einen Kurzeinsatz bekommt, dass man da sieht, wie er sich fühlt, wie es auf dem Platz ist, wie er sich orientiert, mit dem Durchsetzungsvermögen und auch mit dem Punkt, dass man dann sagt, wir haben die Möglichkeit in der U23 auf dem Niveau dann uns ranzutesten. Dasselbe zählt auch für Joey Kang und dann muss man dann mal schauen, nach der Länderspielwoche, wie es dann ist. Dann haben wir nochmal 14 Tage Zeit und dann denke ich, dass wir da wieder einen ganzen Schritt weiter sind. Thomas, 35 Punkte sind jetzt auf der halben Seite. Der Bock ist eigentlich umgestoßen. Wie wird den Kaiserslaut dann agieren lassen? Ja gut, unabhängig jetzt von der Punktzahl. Natürlich haben wir eine gewisse Zielsetzung und wir haben auch gesagt, dass wir immer vom ersten Tag an, auch da wiederhole ich mich gerne wieder, dass wir in die Spiele gehen, dass wir die Spiele gewinnen wollen, dass wir auch für uns eine gewisse Siegermentalität entwickeln. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess. Und klar ist auch, wir haben in Kaiserslautern jetzt einen Gegner vor der Brust, der unbedingt muss. Wir haben gute Offensivleute, vielleicht fangen wir mit drei Stürmern auch an, kann sein. Und dass wir wirklich von der ersten Minute an Vollgas geben, dass wir da gegen so eine Mannschaft wirklich auch für eine Überraschung sorgen können, dass wir unsere 40 Punkte so schnell wie möglich erreichen können und dann auch gleich Urlaub machen können. Ja, aber ich würde schon nochmal, es ist, Lautern ist doch glaube ich im Moment ein bisschen... Der Thomas Linke, der guckt ganz verwirrt gerade. Ich überlege, ob der FC Urlaubsanträge hat. Okay, da kommt der Einwurf. Lautern ist doch gerade im Moment auch schwer zu kalkulieren. Also die haben nominell Wahnsinns-Namen auf der Liste. Wenn ich alleine Sturm nehme, Idris Hu und Bunyaku ist vielleicht mit das Prominenteste, was rumläuft in der Liga. Die treffen aber nicht. Ist es nicht auch ganz wichtig, dass man, gerade weil die müssen, die Anfangsphase aushält da vor dem Publikum. Denn dann könnte das Publikum drehen. Ist das nicht auch so eine Zielsetzung für Sonntag? Ja, es ist halt immer so, gerade auf dem Betzenberg hat man es ja auch erleben können in den letzten Jahren, dass die Erwartungshaltung sehr hoch ist und dass die Fans dann schnell kippen können. Und unser Ziel muss es ganz klar sein, dass wir mit breiter Brust da hinfahren, dass wir uns nicht verstecken und dass wir wirklich auch unser Heil nach vorne suchen. Und der FCK muss, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Sie wollen aufsteigen, sie haben es vor der Saison gesagt, sie haben im Winter richtig nachgelegt und sind in einer Situation, wo sie ihren Platz behaupten müssen. Und wir haben die Situation, dass wir sagen, wir können wirklich einen der Großen ärgern und das wollen wir. Was sagst du zur Nominierung vom Rembo oder zur Einladung vom Rembo zur Nationalmannschaft? Wird höchste Zeit? Nachdem ich ihn gestern im Training gesehen habe und mit welcher Gier und mit welcher Siegermentalität er auf dem Platz war, mussten wir natürlich da anrufen, damit die da ihre Entscheidung nochmal korrigieren. Aber ich glaube, gerade die letzten 15 Monate haben gezeigt, welche Qualität er als Torhüter hat, als Typ er hat. Und für mich ist das keine Überraschung. Vollständigkeit halber mit Iljan Mitschansky, ein zweiter Nationalmannschaftsfahrer nächste Woche für Bulgarien unterwegs. Gibt es denn sonst noch Fragen? Mike, du? Ja, da wollte ich jetzt eigentlich noch hinlenken. Herr Küster, da brennt doch noch irgendwas unter den Nägeln, habe ich das Gefühl. Wollen wir das Mikro mal abschließen, nach hinten reichen? Herr Geier, bitte. Das ist nett, vielen Dank. Da ist jetzt aber viel Aberglaube dabei, oder? Dass ich mir die letzte Frage stellen muss. Quatsch, im Fußball doch nicht. Ich wollte nochmal vielleicht nachgefragt, weil Sie so von dem Einsatz im Training geschwärmt haben, dass gestern alle so gut trainiert haben, was war denn da groß anders als sonst immer? Ja, ich meine, man muss immer vorsichtig sein. Es war eine hohe Aggressivität drinnen. Es war Entschlossenheit zu sehen. Es war zu sehen, dass eine Mannschaft unbedingt gewinnen wollte. Und die anderen wollten das Ding wieder biegen. Ja, und das ist ja das, was ich dann auch immer wieder sage. Auch wenn man dann vielleicht jetzt eine Situation hat, wo man 35 Punkte hat, dass man nicht wie in der Vergangenheit dann zufrieden ist, nur gute Laune versprüht. Nur gute Laune in einer Fußballmannschaft ist brandgefährlich. Die Stimmung kann nicht immer gut sein. Die darf nicht immer gut sein. Und man sieht es ja auch auf höchstem Niveau, wenn man sich immer nur alles schön redet und ja, Hauptsache die Stimmung ist gut. Dann passiert irgendwo was. Dann hängen die Köpfe schneller, als es eigentlich gewohnt ist. Und wir wollen uns dagegen stemmen. Wir wollen so viele Punkte wie möglich sammeln. Auch wenn wir gesagt haben, wir haben 40-Punkte-Marke für uns als Ziel, dass wir genau diese Situationen jetzt schon erleben. Dass wir irgendwann mal in Zukunft dann nicht von solchen Sachen eingeholt werden und sagen, oh, die Situation kannten wir nicht. Deshalb muss man ab und zu mal provozieren und muss aber auch die fünf gerade sein lassen, wenn mal was ist, was völlig normal auf dem Fußballplatz ist.